Ich bin heute am überlegen mit einer Träne anzufangen. Ich hatte wieder Sutter, fand ich zwar gerade ganz gut, aber... Ach Ascha, wir haben ja wieder Blitzcrank als Feind, wa? Wieso? Erinnerst du euch nicht mehr an den letzten Blitzcrank, wo ich sie wieder hatte? Achso... Oh mein Gott, stopp den! Sehe ich mir! Reportet! Aha, ich muss aufgaben, wow. Warum man... ich reporte den? 40 Sekunden zu spät, ich reporte den. Ist mir egal. Ist mir egal. Ah, die haben keinen Healer. Ist mir egal. Das... Riot's Matchmaking ist gerade kaputt. Oh man, 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 what the fuck? Schon wieder so eine Support-Suraka. Riot's Matchmaking ist gerade kaputt, die haben keinen Healer. Das ist unfair für die. Das dann... What the fuck? Das war doch so klar, man. Das große Schwachsinn, ne? Ja, und dann... Wir brauchen keinen Tank, wenn die Suraka gut spielen kann, wenn die uns dauerhaft hochheilen. Alter, was bist denn du für ein Mongo? Aber Mongo. Nee, sehe ich jetzt auch nicht ein, fick dich. Man, eh für'n cool von Wooga zu verschwenden, das ist Verschwender. Geht das so? Blitzcrank-Rap. Ah ja. What the fuck, was macht der denn? Das sind die peinlich, alter. Pissig, alter. Da spiel' ich halt. Da spiel' ich Weiger ja besser und das wär' first time, weil ich den Affen noch nie gespielt hab'. Das ist Velo. Ja, gut, hab's so. Doch, wirklich. Das ist immer noch ein Blitzcrank. Ja. Oh, der ist FK? Ja, der auf. Ja, iBlitzcrank wieder voll unfair, der Typ. Und der hat mittlerweile immer noch nicht gefixt. Der hat nur mit nem Schienen angefangen, der hat sich keine Post gebraucht, oder? Doch, der hat viel Pots gehabt. Hat aber alle benutzt, weil der fast tot war. Der Grimm. Das war doch so, äh, so, voraus-, nein. Ja. Das krieg' ich grad nicht hin. Vorausschauen. So. Ey. Voraussehbar, voraussehbar. Da, bang. Vorausschaubar, hab ich ja gesagt. Sehbar. Schaubar, ist das gleiche. Ja, okay. Mein Gott, weiß der Bronze, komm, grepp nicht. Tsss. 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 D- Ha 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 ha, er will nix. Jetzt. Ha 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 ha. Der wird sich genauso ver- Ha ha ha. WTF, man? Ey, der dachte echt, der kann dich da irgendwie verarschen. Wow, ein Millimeter. So, jetzt habe ich aber relativ wenig Mana, muss ich mir wieder etwas Spell schilden. Das ist ja dank der Urga-Kuh recht einfach. Wow man, immer diese Barrier-Schei- nice. Ich weiß nicht, dass wir überlegen, das direkt auf den Urga mit drauf zu kloppen, aber... Schein, du willst es! Boah, ich glaube, die fühlen sich... Ey, die fühlen sich los, Arsch, mal komm, Mann. Vorsicht, Beige. Dann kannst du dann. Nee. Auch nicht? Ja, das war die Idee. Ist egal, mein weh, scheiße. So, it's ready, go Blitzcrank. Es ist mir echt Verschwendung. Ey, Heimatauer macht so viel Schaden, das ist unfassbar. Irgendwann schneide ich jetzt mal alles zusammen mit dem Blitzcrank-Schild. Das ist... Ja, das würde richtig brauchen. Nooo! Das war mein Blitzcrank-Rap. Doch man hat ja schon wieder... Haben wir den nicht gesehen. Nein. Äh... Weiß ich nicht. Vielleicht hat er angegriffen? Ja. F*** mal. Ja, gut möglich. Komm, Blitzcrank. Ey, ich flash mich sogar zur Not in jemanden rein, damit ich... Ey, das ist so krank, der Weh von Sivir. Du willst das doch auch. Was er labert, man, what the f***? Oh mein Gott, geh mir nicht auf der Sack. Auf der Sack. Auf der Sack. Die Heimatauer macht so viel Schaden, man. Komm. Na, du bist dann, der Weiger. Das war so klar. Das ist relativ easy, wa? Boah, Alter, wenn ich da reinjumpen würde, so easy Pentacle. Pentacle. Nein, warum nicht. Die haben alle Barrier. Weißt du doch. Komm, Blitzcrank, warum bist du so nett? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Nein! Was, ich? Boah! F*** nicht. Boah, was rennst du denn nicht vor mich, du Arsch. Armes Arsch. Bin ich. Ne, bist du nicht. Ich bin voll nicht dran, aber du warst noch ein kleines Stück weiter vor mir. Ne, 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 das ist totaler Blödsinn, du bist weggelaufen vor mir. Ich hab das genug gesehen. Okay. Banana! Banana! Danke fürs Mana. Der Blitzcrank mag mich nicht mehr. Das kann ich, warum. Das kann ich, warum. Die Tower von Heimer, Mann, das ist so witzlos. Ich will die AP hier einfach nicht regenerieren, Mann. Bist du so? Naja. Leiger hat mich gestunnt. Ober. Mit deiner Blitzcrank seine Chance ergriffen. Und mein Maus ist ein bisschen irgendwie... Am Arsch? Ne, das Kabel ist zu kurz. Na, dann schauen wir mal, was das so gut ist. Das macht so much damage. Nice. High Blitz. Ne, Moment, steht da Minion im Krieg. Du musst mal, wenn er den Minion grabben will, falls er das machen würde, musst du dich vor den Minion flashen und dann den Flashen. Das mache ich, wenn andere Leute gegrabt werden aus unserem Team. Lass mich mal grabben. Ne, ich hab keinen Flash Ready. Ja. Ich hab schon den, äh, äh... Naja, haben wir schon gemacht. Ah! Das hat mich anscheinend nicht von... ...weil gar catchen lassen. Oh, jetzt muss ich mich grad kratzen. Oh, verzeihe. Oh, jetzt muss ich mich grad kratzen. Oh, verzeihe. Kein Problem. Ich muss schon sagen, wie sie weggehen, das ist unglaublich schade. Nein! Och, Mann. Ja, gar nicht, ne? Fällt mir so befeinlich. Nee, das nicht. Na doch. So'n bisschen. Das war mies. Ich habe mich! Ich habe dich nicht mehr gezeigt. Ich habe dich nicht mehr gezeigt. Oh, der ist das wenn ich nicht mehr so lange schade. Ich hab dich nicht mehr verlet wurden. Ich hab dich nicht mehr getan. Alter, wir hätten fast unter 10 Minuten gewonnen. Oh, ich hatte keinen Mahlner mehr für meine... Es war aber knapp. Der will mich, der will mich, der will mich! Krieg dich aber nicht. Er hat nicht. Ich hatte keinen Mahlner mehr für nichts mehr. Na, wow. Wow. Weißt du, endlich haben wir mal wieder ein Game gewonnen. Aber auch, was total unausgeglichen war. Endlich mussten wir mal nicht alleine carryen, oder du nicht alleine carryen. Ach, aber ganz okay. Ach stimmt, Graf... LOL. Achso, ja, das Ding haben wir nur gewonnen. Oh, LOL. Mehr als vier, weil es fünf können wir entscheidend auch nicht gewinnen. LOL. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er nicht dabei war. Die Leute müssen es auch früher sagen. LOL, da kannst du die Tau hochholen. Komm, Blitz, du willst dich doch auch. Also, mir ist das nicht aufgefallen, dass wir Fügel... ...wisch wird dann. Wow, wirklich? Ich bin tot. Hahaha. Boah, diese Barrier-Scheiße geht mir so auf den Sack. Warum ist da links, da ist noch einer drin. Oh, Alter, Mann. Warum ist da eine Pickaxe? Das Raka ist so schlecht, Mann. Oh, beendet mich bitte einfach, mein Gott. Ja, verstehe ich auch nicht, warum man das nicht beenden kann. Und tot, wow. Und der Innie ist wieder da. Boah, Mann. Oh, Gott. Weiger reported für Easy. Warum gehst du zurück, so Raka? Boah, der wird auch reported. Wie ist es, solche Vollidioten-Videos im letzten Game? Das ist so viel Schaden, Alter. Ist so voll Schaden, Alter. League of Pickaxe oder was? Ist da gut? Ich schockte das, Mann. Wow. Ich schwöre, wenn mir der KS tut, ne? Fickt euch, ihr seid kleine, verfickte Hurenkinder. Aber beenden. Lass den Blödskyndenten gammeln. Wow, ist das dein Ernst, Soraka? Ich will die Soraka einfach dafür, dass es Game gespielt hätte. Sie ist einfach weggegangen, wollte es einen Blitzkrieg-Killer. Ich möchte euch das für die Reports verteilen, das ist unfassbar.